Lege oder setze dich bequem hin. Komm zur Ruhe und schließe deine Augen. Atme nun dreimal tief in den Bauch ein und aus. Lasse deinen Atem nun wieder ganz normal fließen. Konzentriere dich dabei aufs Ein- und Ausatmen. So nutzt du den Atem, um deine Aufmerksamkeit nach innen zu lenken. Sollten Gedanken aufkommen, lasse sie wie Wolken vorbeiziehen. Halte nicht an ihnen fest. Erlaube dir, bei jeder Ausatmung alles loszulassen, was dich beschäftigt. Gib nach außen ab, was du nicht mehr brauchst. Lasse den Atem ganz natürlich fließen. Und nun gebe ich dir eine Minute, um all das aufzuzählen, wofür du heute dankbar bist. Vollende in Gedanken den Satz, ich bin dankbar für. Du wirst erstaunt sein, wofür wir alles dankbar sein können. Konzentriere dich nur auf diese Aufgabe. Blende alles andere aus. Eine Minute Dankbarkeit für dich. Ich bin dankbar für. Ich bin dankbar für die Aufmerksamkeit für die Aufmerksamkeit. Ich bin dankbar für die Aufmerksamkeit. Bewege nun deine Füße und deine Hände. Strecke dich, wenn du magst. Komm zurück in den Raum, in dem du dich befindest. Atme noch einmal tief ein und aus. Öffne deine Augen und spüre der positiven Energie nach. Genieße für einen Moment noch die Entspannung und kehre dann in deinen Alltag zurück. Und dann auch die Aufmerksamkeit. Ich bin dankbar für die Aufmerksamkeit. Und dann auch die Aufmerksamkeit. Und dann auch die Aufmerksamkeit. Untertitelung des ZDF, 2020